7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Achtung für alle Zuschauer, bitte hinter den Absperrungen bleiben. Sehr wichtig. Hup! Hup! Applaus Applaus Ratt es Es ist schade Ok Ruki Sie müssen den Lüge aus der Komponente und die Komponente Was ist mit der Hitler-Komponente? Das ist nicht wahr Ruki Los geht Geh mal, Fee, geh mal Hier kommt der Haas-Bratnam Wir haben bonden Zeit Ein Wahnsinn Dann hat er eine Runde noch 17 Minuten 29 Sekunden auf 2 Runden Jetzt läuft der Zeit 18 Minuten und 12 Sekunden 18 Minuten und 38 Sekunden Die nächste Läuferzeit 18 Minuten und 38 Sekunden Die nächste Läuferzeit 18 Minuten und 38 Sekunden Hier kommt der Wolfgang Hier kommt der Wolfgang Guter Wolfgang 20 Minuten 19 Ja und der Cheforganisator kommt auch schon in der Tromzeit Keines Atmen Hier kommt Dr. Karl-Heinz Cordela Nach 2 Runden Nach 2 Runden 21 Minuten und 35 Sekunden Guter Wolfgang Guter Wolfgang Guter Wolfgang Guter Wolfgang 40 Sekunden Dr. Jan Sie können mit Savster Applaus Hier kommt R庄her man kann sogar nicht zum 1. Runde Der Bürgermeister noch zwei Runden. Nächste Unterstimmung ist auch unterwegs. So, aufpassen. Hans Brandner kommt schon. Startnummer 146 kommt zum Schwimmen. Startnummer 146. Laufzeit von Randfahrt 26 Minuten und 20 Sekunden. Das ist meine Kurzwälder. Die Stimme ist in der Kaffee. Sie sind in der Kaffee. Sie sind in der Kaffee. Die Stimme ist 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 in der Kaffee. Sie sind in der Kaffee. Was kann ich machen? Was kann ich machen?